Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du ganz leicht deinen Fortnite-Account übertragen kannst. Und das ist egal, ob du das auf PS4, PS5, Switch, PC, Xbox, was auch immer übertragen möchtest, so funktioniert das. Zuerst öffnest du einen Browser, auf dem Handy oder auf dem PC, das ist ziemlich egal, und dann googeln wir Epic Games. Danach müssen wir auf die offizielle Webseite, die ist eigentlich meistens immer oben, drücken dann drauf und dann sind wir auf der Webseite. Dann müssen wir uns anmelden, wir drücken hier mal drauf und meldet euch dann mit euren Account an. Hier musst du nur beachten, je nachdem welchen Account du übertragen möchtest, dich anders anmelden musst. Wenn du deinen PC-Account verbinden möchtest mit PS5 zum Beispiel, dann meldest du dich hier ganz normal an und dann später verbindest du es mit der Playstation. Aber wenn du zum Beispiel einen Switch-Account mit der Xbox verbinden möchtest, meldest du dich über Switch an, also über Nintendo. Wenn du dann hier drauf drückst, kommt hier dann ein Fenster und dann meldest du dich an. Und nach diesem Prinzip funktioniert das. Nachdem du dich angemeldet hast, kannst du hier nochmal auf dein Icon gehen, einfach nur mit der Maus drauf und auf Konto drücken. Dann müssen wir auf Anwendungen und Konten gehen und wichtig ist, dass ihr hier auf Konten seid. Also wenn das hier angezeigt wird, dann hier drauf drücken und dann seht ihr hier alles. Wie man schon sehen kann, habe ich mich mit meinem Playstation-Account angemeldet und mein PC-Account ist dann mit diesem Playstation-Account verknüpft. Und das auch mit Steam und Google. Wenn du es dann mit Nintendo zum Beispiel verbinden möchtest, drückst du dann hier auf Verbinde. Dann musst du hier auf Konto verknüpfen drücken. Dann wirst du weitergeleitet und dann musst du da einfach deine Daten eingeben. Und dann hast du den Fortschritt von deinem PC-Account auf deinem Switch-Account. Und das ganz automatisch. Wir können hier mal wieder zurückgehen auf Abbrechen. Und so leicht kannst du deine Accounts miteinander verknüpfen. Du kannst sie dann natürlich entfernen. Du musst halt das hier alles bedenken. Und so kannst du deinen Fortnite-Account übertragen. Und das auf egal welche Plattform.